Ahoi Leute und willkommen zurück zu let's play Minecraft Megamind. Wir sind in der Hölle, Fischie ist immer noch irgendwo da oben drin, keine Ahnung genau woher. Ich seh euch, ich seh euch. Bleibt da stehen. Bleibt da genau stehen. Wo bist du denn? Ich seh eure Namen durch die Decke, ich bin direkt über euch. Ich seh dich auch. Mich behindert? Ja bist du. Mann, frag doch nicht so. Oh ne, hier ist der Land. Warte, 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 ich grab nach unten. Ja bitte, ich hab Angst. Ja auf jeden Fall, wir sind, Jörg, und sind grad gestorben und das ist so schnell passiert, dass ich leider nicht aufnehmen konnte. Hallo, fuck. Wir waren einfach Grundsatz von Zombie Pigments angegriffen und jetzt sind wir hier wieder um Fischie zu retten und mit müssen dreckig trip. Hi. Äh, wo ist... Oh mein Gott. Fuck, Zombie Pigment, ich hab Angst, dass du mich angreifst, schützt mich. Der greift dich, der greift mich an. Nee. Schlag ihn tot. Hab ich. Ich hab ein halbes Herz. Warte. Warte kurz. Hier. Hallo, komm doch mal her, Jörg. Jörg, komm her. Hallo. Hier. Hier ist der. Ist das wert? Vielen Dank. Oh, ich hab ein Goldschwert gekriegt von deinem Zombie Pig. Weg hier. Nein. Pass auf. Schieß auf Freddy, weg hier. Du wirst übrigens hier lang, hallo. Hier läuft mich übrigens nicht an. Nein. Ja, das war nur der eine, der uns angegriffen hat die ganze Zeit. Jörg, brauchst du was zu fressen? Nein. Nein. Oh, brenn nicht mehr. Hör auf, hier ist Lama. Nein. Boah. Fuck. Warum sprichst du da? Was bist du bitte für ein Mensch? Ich hab so überlebt. Ist doch scheißegal. Laufe einfach nicht auf einmal. Mami. Wir müssen jetzt hoch. Also hier ist glaube ich ein... Keiner Weih. Hier ist ein Gang. Ich bin Zeit. Ja, ich brenne gerade ein bisschen. Ich brenne auch. Hallo Jörg. Alter, dieser Kackbratze, ne? Geh da aus der Lama raus. Ich hab überredene Angst vor dem Zombie-Ficken. Sorry. Ja, kein Ding. Weil ich nie weiß, ob du nicht anders hast. Bau uns ein. Bau uns ein. Warum denn? Die Angst habe. Ich hab mein Leben ist eh nichts mehr wert. Ja, dann lass mich vorgehen. Doch du hast ne Schwert. Ja. Kannst du ein bisschen weggehen? Ich will dir nicht hauen. Ja, los. Bau. Pass auf. Ich kann dir auch ne Diamantspitzacke geben. Nee. Muss ja nicht. Einen Scheiß dabei. Warte kurz. Warte. Nicht gehe ich vor. Wo müssen wir denn hoch? Keine Ahnung. Minus 220. Minus... Ja. Bleib du erstmal da ein bisschen drin. Ich guck mal wo wir lang müssen. Okay. Hier müssen wir hoch. Da ist dahinten. Moment. NAH! Ich komm jetzt auch. Dummer. Garst. Hier kommen wir hoch. Okay, ich folge. Wo, 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 wo? Ich hab keine Ahnung wo. Da. Da hinten. Hier. Dann müssen wir hier hoch. Lauf. Der Garst schießt. Hast du den Stack Soulcent auch mitgenommen? Nein. Glaube nicht. Keine Ahnung. Ist mir egal. Ja. Und dann müssen wir hier hinten rüber. Müssen wir reden für. Vorsicht, 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 Vorsicht. Und jetzt müssen wir hier nach oben. Durch den Zombie Pigman. Hallo, wohin geht ihr? Oh, falsche Richtung. Wir müssen hier hin. Ich will einfach nur mal nach Hause. Pass auf hier. Hier ist Fallschaden. Fallschaden ist mir egal. Nee, also. So hörst du dich gerade sehr gut an. Ja, gut. Freddy hat's auch nicht gemerkt im Let's Play. Also letztes Mal. Ja, du hast dich auch ganz normal angehört. Daheim. Daheim. Und Ender Chest haben wir auch noch. Daheim. Wo du erstmal erstmal safe kannst. Wo ist die verfickte Ender Chest? Da. Oh, danke. Alles rein. Hab ich schon. Ich werde gleich jetzt auch immer mein Diashat. Obwohl ich immer ein Diashat war. Okay, alles rein. Ich bin auch schlau. Mach mir ne Eisenrüstung und zieh sie nicht an ey. Ja. Alles ist drin. Ich hab alles drin. Du brichst noch ne halbe Eisenrüstung von Jörg, weil er gestorben ist. Ähm. Das ist das Falschportal. Ich weiß. Ich finde, ich hab drei. Ja, das bringt alles nichts. Die haben echt drei Portale in der Nummer? Ja. Und die letzten beiden führen zu einem. Was bitte nochmal? Hier vorne kommen wir wieder auf den Baum raus, ne? Wahrscheinlich. Oh, fuck, Alter. Hauptsache wir haben ne Energeist in der Hölle. Ey, wir haben unendlich sattelt ey. Wir haben zwei jetzt keine Lohnen gekriegt, okay. Scheißegal, die können wir nächstes Mal auch noch holen. Aber Hauptsache erstmal aus dieser verfickten Hölle raus. Boah. Gott. Ich hab's. Boah. Och, Jemand von euch Bote. Nein. Hast du welche? Ich hab doch welche in unserer geheim Basis. Ja, die sind auch weg gewesen. Nein. Echt nicht? Jako, bist du? das portal führt einfach nicht mehr dahin das können wir auch wieder machen dass es dahin führt ich mach das mal kurz dass er wieder dahin führt nochmal bitte ja jörg hast du einen diamantspitzacker dabei nein ok dann hol ich meine mal kurz wieder also deine meine also deine wie lange gibt der part keine ahnung ich hab den plan nicht gestartet ich hatte sogar zwei dinger drin was zwei ich hab nur eine gefunden jedenfalls naja egal nein nicht wieder raus ich hab alles aufgehoben was da war und dabei keine zweite diamantspitzhacken ach doch waren zwei ich hab drei diamantspitzhacken in der ich brauche jetzt da hinten steht einfach eine crafting bench mitten auf dem wasser läuft bei denen und da mal hin bist du denn ich bin im wasser ich komm hinter dir fertig hier sind übrigens noch boote die wir einfach klauen können ja machen sind ja keine blöcke wow die haben sogar ein schönes netter portal gebaut was komplett ist danke für den obsidian danke ja das haben nicht gebaut das ist da glaube ich einfach so entstanden ich glaube nicht wer baut freiwillig auf dem baum eins wieso soll das so entstanden sein wir sind immer durch das andere rausgekommen keine ahnung denn er ist das müssen verpackte multiplayer alter ich hab grad erst so ein bisschen panik nein hier ist erst einfach eine crafting bench ein block über wasser dann wurde kaputt gegangen was mein boot ist nicht kaputt gegangen du stehst hier mitten im wasser bei mir gerade guckst mich jetzt gerade an ich stehe gerade vor einer crafting bench okay der leckt jetzt hier gerade gar nicht da ist der server halt wieder ah jetzt bist du da auf einmal jörg teleportier dich mal bitte in den netter kann ich nicht du kannst in unsere geheim basis gehen und durch durch den netter teleportieren ja nein der geheim warst du doch gar kein portal mehr ist um die rauf gebaut ich hab schaden gekriegt weil ich gegen die crafting teile gefahren dann ist das wahrscheinlich passiert weil die es abgebaut haben gut dann baue ich das da gleich wieder hin ich habe jetzt gleich zehn obsidian ich brauche ja gerade ein portal aus ich fache wer ich hinterher nein mein boden kaputt das ist ja das haben die ja nicht aufgebaut das ist keine erschaffene struktur this was crap punkt theoretisch ist es dann eine erschaffene struktur keine von denen gemacht Freddy warte auf mich ich weiß nicht mehr wo ich hinfahre ich war gerade den übertriebensten umweg ich habe in der geheim war es immer noch boote falls sich das interessiert ja ich war ja genau hinter dir da bin ich habe ich aber zu viel lillipads wohl kaputt gefahren bist du denn ich sehe dich gar nicht ich stelle mich ans wasser ich bin jetzt schon wieder offen ich bin schon wieder auf festland eigentlich ja bin ich auch ich bin hier am eichen bürgenwald freddy du nimmst schon auf ne ja gut hast du das jetzt im speedpart gemacht oder im normalen ne ne ich bin also ich habe ja bisher nichts gemacht also machst du das im speedpart oder mit normalen ja ich glaube das schneide ich einfach raus weil den weg kennen die leute schon wo ist das wo ist unsere geheimbasis gewesen im wasser rechts oder links von dem portal vom pot wenn du aus wasser raufkurs nach links bist du da jetzt noch irgendwo im festland oder ne ich bin jetzt hier zur geheimbasis gefahren also ich bin jetzt kurz davor irgendwo werde jetzt hier irgendwo mal in der wüste halt machen ja ja weiter zu mir ja du guckst mich gerade an ich dich nein nein fisch hier müssen wir hin die ist jetzt direkt vor mir ich mache jetzt hier im sandmann halt und mache mir zwei eisenschaufeln und macht die nutzt sie vollkommen ab mit für sand weil wir haben ja auch kein sand mehr scheiß bunte tintenfische soweit ich weiß wo war denn das portal hier unten nein ganz unten war das achja stimmt ja in der hürde ne das verbrannt da stand glaube ich genau hier auch ja wir brauchen einfach nur flint eisen habe ich hier nein da stand nicht da und hier ist hier ist diamant kann man machen ja hier war einfach ein diamant im boden idioten in redstone ein bisschen lapis rosebeef hühnchen in der pizze ähm du sagst ein eisen hast du eisen habe ich wo ich glaube gerade gravel absteht keine schaufel mit ab an guck mal her das war so rum naja ist an das war übrigens hundertprozentig nicht hier jetzt ist es hier ich will es jetzt hier haben geh mal durch gleich warte ich muss erst noch kurz ein bisschen stein abfahren ich habe keine ahnung wie lange der part schon geht ich mache den gleich aus und dann mal gucken wie also ja ich auch oder du kannst ja auch machen dann sehen wir uns ja beide ja dann leute ich würde sagen bis zum nächsten mal wenn der preis ein bisschen zu kurz ist dann ist es mir eigentlich komplett egal bis dann haut rein tschüss tschau